Hi, hier ist er wieder, der Micha von Fitness Subcoach. Willkommen zur Exercise of the Week. Bevor du die Übung nachmachst, solltest du unbedingt gut aufgewärmt sein. Viel Spaß beim Training. Mit der heutigen Übung trainieren wir zu einem die Stützkraft der Arme, mobilisieren die Rumpfmuskulatur und trainieren die Beine. Das ist unsere Ausgangsposition. Immer schön den Bauchnabel zur Lendenwirbelsäule ziehen, während der ganzen Übung trotzdem normal weiter atmen und dann im Wechsel diagonal ein Arm, ein Bein anheben, durchdrehen, aufstützen, Hüfte hochschieben, kurz halten, anderen Arm, anderes Bein anheben, weiterdrehen, aufstützen, Po hoch, Bauchnabel einziehen und das Ganze immer so weiterführen. Muss nicht allzu schnell sein, aber immer schön kontrolliert. Und dann natürlich Richtungswechsel. Bei der fortgeschrittenen Variante baue ich einfach noch eine Bewegung zusätzlich mit ein. Und zwar nach dem Abheben von Arm und Bein führe ich Arm und Bein zunächst nochmal zusammen, strecke dann wieder weg und drehe dann erst. Oben genau dasselbe Spiel. Abheben, zusammenführen, wegstrecken, weiterdrehen. Und natürlich auch hier in die andere Richtung. Und natürlich auch hier in die Richtung. Untertitelung des ZDF, 2020